So, es geht los. Jetzt wird sich zeigen, wer die besseren Nerven hat. Er hat den Fass und dann geht er doch rein. Und das ist besonders ärgerlich, wenn du in der richtigen Ecke bist und das Ding trotzdem einschlägt. Eiskalt verwandelt. Sehr souverän getroffen und überhaupt keine Nerven gezeigt. Sicher sieht er für mich nicht aus. Ganz sicherer Elfmeter, wie der das gemacht hat. Ganz souverän, ohne jedes Problem. Er zeigt keine Nerven, der Ball ist drin. Da hat er alles richtig gemacht. Starker Schütze, ganz souverän. Total sicher verwandelt. Man kann das Fass bis hier oben hin spüren. Also ganz sicher scheint er sich seiner Sache nicht zu sein. Ganz sicher verwandelt. Richtig klasse gemacht. Boah, das kann Glück gehabt. Der hätte auch wieder rausspringen können. Das ist mal ein Elfmeterschütze. So musst du einen Elfmeter schießen. Ein ganz sicher verwandelter Elfmeter. Torwart ausgeguckt und dann ganz sicher getroffen. Das muss ein ganz schöner Druck. Das hat er aber ganz locker gemacht. Oh ja, das war schon sehr abgebrüht. Sehr platziert. Tor. So muss man einen Elfmeter schießen. Er verschießt. Aus. Vorbei. Und da hat man schon vorher sehen können, dass das nichts wird. Es war einfach zu viel Druck für ihn. Aber hallo. Das war wirklich ein packendes Fußballspiel. Zum Schluss nochmal mit dem spannenden Elfmeterschießen als Kirsche auf der Sahne. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie sportlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.